Gegen Quinn muss ich spielen Nächste, vielleicht kann sie ja auch gar nicht Braucht ihr Hilfe Top-Lane? Bro, ich bin nicht mal mit Full-Clear fertig Boah, Hilfe Bot-Lane, Jungs Ja, go next Langla ist schuld, Langla ist schuld Ich bin am Full-Clear, schon mal rein Warum verdiene ich jetzt so viel HP? Scheiß, direkt Jungle-Nerfs Die ist geflasht! Die ist geflasht! Ich hasse dieses Spiel Hat der Flash? Ja, ja, ne Ok, schnell rein GG, go next Bitte, bitte Nein Was ist das für? Meine Wave! Hallo, Minion Gwyneth ist 6, by the way Oh mein Gott, ich hab mich gerettet Ich bin richtig gut Wo ist meine Q? Ey! Die One-Shotted mich Ach, sie hat Static, deswegen Item-Diff Ey, Alter, ich lauf aber auch rein, Junge Dahle! Locktopp in die Q für mich Nice, Vic Digger was ist da, ah, die ist hinterherTP'nd, die Alte sie ist geflogen sie ist geflogen so ein vogel der versucht uns zu fliegen was hat er geraucht was hat er geraucht ja dann ff out reinschmeißen wenn wir intern und dann hinterher direkt ein ja drücken lass uns nochmal von neu anfangen ich will nula spielen ich hab ein skin bekommen und mein gehirn reset ja true ich will science spielen ich wollte eigentlich gar keinen guck mal ich tp auf den tower und ff weil ich es kann warum helfen wir was hey du wo ist das was du f*** hat die geraucht was du f*** hat die geraucht was du f*** hat die geraucht warte mal ilaui science matchup was sagt ihr kennt ihr euch damit aus ilaui counter was ja das ist das ist doch keine laui support aber der raka db weil sie geswappt haben und er zu blöd war zum er hat aftershock dabei er hat aftershock zudem dabei das spielen wir noch nicht gepickt wahrscheinlich werde ich jetzt von raka top gefickt so wie ich durch nautilus top letztes gebums wurde 6 seine ult er hat vor allem noch geultet zielen kannst du dich ulten ich hab dich geultet ich wollte dich ulten ich hab dich geultet ich hab dich geultet ja gehult doch früher nein du hast sie ne gehult doch einfach bro ich hab grad geultet und dann ist sie geflasht also in dem moment wo ich gedruckt hab wir gehen jetzt schon rein hier nichts hast du kein damage du hast beide unter 100 hp ja und ich mach keinen 100 hp egal geil oder break du arschloch komm her ey mach mal mach mal ey die kann das haben ins tier nö nö ich hab keinen smalt drei sekunden zwei eins warum hat der vor uns im taping gehabt jungs jungs ja ich hab ult benutzt auf wen? hat's geholfen? ja ok die stirbt nice also deine da hab ich aber hat deinen arsch gerettet ja das ist doch dein einziger hooker du hast ich komm da gleich von hinten wenn ich noch die chance hab ja wie lange dauert das? 10 sekunden die macht mir ein bisschen damage die dame ich beeil mich ein bisschen viel damage danke danke es war so wichtig glaub mir glaub mir es war so wichtig ich find's ja witzig dass die ult nicht durchgekommen ist weil du sie dann noch gekillt hast ja komm die kommen dir der res kommt schon der res kommt schon ich brauch ein bisschen ok ich hab Dings gedodget klampft ich hoch hilfe hier ich hoch hilfe hier ich Angest vor dem Fulde Dude ich hab Ult gedroog Art f mét die alte hier ich denk ich denk ich denk grad keinen dash jetzt weg das Male nächstes geflasht ich raste aus ich will cloud soul ich will schnell sein ich habe null tode der folge ich habe einmal geändert aber wir gewinnen schon cool ja schreibt die die wenn die jetzt gerade gekillt werden nevermind kriegst einfach keinen schaden weißt du was ich mach einfach ein garen video draus scheiße drauf seien sein ist scheiße junge wir brauchen seien spiel ich doch sein oder endlich das war garan aber warte mal er hat einen passiv mit häusen ich habe dort ans schielt das heißt es und da kann ich ja gar nicht können jetzt schneide ich dahin wo er mich gekillt hat ich bin ich da ich komme noch ein bisschen können noch warten schade also katharina hat nichts was macht er hier eigentlich was macht er hier jazoo 2-0 big guys egal noch ne warum denn lauti los die mod 2 und 2 ich hasse euch ey ach digger ihr könnt euch echt zu vergraben gehen was soll das was ist das denn neiiiin nauti nauti mach mal weiter oh mein gott ich sterb da noch gib mir die scheiße komm her komm her komm her krack ich dachte irgendjemand tankt komm her nicht zu sein neid 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 wer in der seweier noch gewinnt war's jazoo ich möchte die rteile stacks aber ich bin blinded hallo digger ich hol mir mercs juz doch der ist gar nicht geflasht ich bin nicht mal mehr irgendwas wert drei sekunden ist war ohne da wohl ist auf mich geflasht hat sich geschäft das wäre alles besser geworden dieser blöde bastard nicht level 1 2 kills gehabt mit einem Darkseal Seil hat gerade ADS Soll ich eine Lintep hin? GG Ausrufezeichen! Halt die Fresse! Jungen Colby Bär Bring ich eins an der Waffel Also warum sind Quinnspieler solche Missgeburten?!